Jo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf Blackpipe. Wir sind mal wieder am Start. Ich, Yannick und Chris. Wie ist es, was geht? Vor mir steht meine absolute Traumpfeife, die ich immer haben wollte. Jetzt habe ich sie endlich und zwar in einer Version, die es so nur einmal gibt und mit verschiedenen Eingravierungen und sowas. Aber das werdet ihr auf jeden Fall im Porn sehen, der jetzt kommt. Und ja, viel Spaß beim Porn und danach erkläre ich sie nochmal im Detail und sage, was sie so ausmacht. Ja, viel Spaß beim Porn. So, ich fand, der Porn war auf jeden Fall mega sick und von zu den übegeilen. Wie immer. So, zu der Pfeife an sich. Das ist die, wie schon gesagt, Alligator Professional mit der Glow Rauchsäule, der Glow Base und dem Glow Mundstück. Nur das ist wirklich sehr schwer und meiner Meinung nach finde ich das nicht so geil. Ich bin so richtig, ich bin eher so einer, der diese Standard-Carbon-Mundstücke nimmt. Und natürlich der Glow Schlauch. Also man hat halt, man ist halt E-Bestand, man hat halt was in der Hand, sage ich mal. Genau. Aber man merkt wirklich, dass man dann wirklich auch was Mundstück in der Hand hat. Nicht wie jetzt bei den leichten von Cesar beispielsweise. Den wir eigentlich fast immer brauchen. Genau das. Ich finde es nicht so angenehm zu halten. Aber auf jeden Fall geil, dass es im Lieferumfang dabei ist. Zum Lieferumfang allgemein. Komplett Set. Dabei gibt es einen Steinkopf, den ich gerade nicht drauf habe. Da habe ich einen ganz normalen Tonkopf drauf. Drinnen habe ich The Bomb von Gene. Drauf normale 27er. Dann Kohleteller. Kohleteller, wie ihr im Porn gesehen habt, mit unserem Logos und von unserem besten Shisha-Laden des Vertrauens Shisha-Kings eingraviert. Zur Rauchsäule, wie gesagt, Glow, Edelstahl, Bass, ultra schwer. Wirklich das richtiges Gewicht, aber auch Edelstahl, rostfreier Edelstahl mit unserem Logo drin. Mega geiles Detail. Auch im Tauchbo selber nochmal unser Schriftzug quasi mit drin, also Black Pipe in jedem Fall. Genau ausgeschrieben, habt ihr ja auch im Porn gesehen. Komplett alles ist wirklich, gibt es nur einmal so und ich bin stolz, so eine Pfeife zu besitzen. An sich sehr wuchtig, also wie sagt man das, es ist schon sehr schwer, die Pfeife. Massiv. Massiv, genau. Mit der Glas würde ich nicht mitnehmen, nicht im Freien. Für zu Hause, so einen Hingucker und sonstiges. Aber würde ich jetzt nicht so auch an See oder sonstiges mitnehmen. Hingucker bei der Alligator ist diese Double Bowl. Genau, die Double Bowl. Das Geile ist, man kann beide befüllen, würde ich nicht raten. Weil normales, klares Wasser kann man rein, aber mit Farbe, ob man die da so sauber wieder rausbekommt, ist halt die andere Sache. Deswegen, ich denke, ich werde die niemals befüllen, sondern nur da drin. Und sonst, was an der besonders ist, ist, du kannst es sogar machen. Das Ausblasventil, die pustet nach oben aus. Das sieht einfach geil aus. Ich finde, das ist ein absolut geiler Hingucker und sieht mega nice aus. Ein Effekt zu der Pfeife. Kostet momentan 199 Euro bei Smoker auf der Seite. Dann im Lieferumfang, wie gesagt, Komplettset. Also alles, was ihr dazu braucht, ist drin. Von der Größe, ich sag mal die Gesamthöhe mit Kopf und sonstiges, sind wir bei 69 Zentimeter. Also schon groß. Schon eine große Pfeife auf jeden Fall. Und ja, man kriegt dabei noch eine Kohlezange mit Alligator drin. Und noch Lebensmittelfarbe, was nicht selbstverständlich ist. Dann gibt es dabei noch einen Anhänger mit einem Alligator. Dann gibt es ein Hygienemundstück. Ihr könnt das ja zum oben draufstecken mit Tankband oder wie man das auch nennen mag. Das ist einfach komplett alles. Das ist richtig krasse Pfeife. Klar, 200 Euro, aber dafür rund um ein Sorglospaket. Muss man aber natürlich auch draufstehen aufs Design. Ich finde es absolut geil, war immer mal eine Traumpfeife, wie gesagt. Kannst du dir mal was dazu sagen vom Durchzug? Wie findest du die? Also ich persönlich fand die am Anfang sehr, sehr geil. Gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Auch oben schwarze mit Holz, genau braunes Holz quasi. Die Base gibt es auch nach einem Rainbow Design. Dann noch in lila. Lila, genau. Blau. Die gibt es in verschiedenen Farben, müsst ihr euch mal reinschauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Genau, Durchzug. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit geraucht. Dann der, finde ich mega, ähm, ja, leicht. Ja, genau. Mega leicht. Gibt es eigentlich so relativ wenig. Bei den teuren ist es meistens so, genau. Ausbausventil finde ich sehr, sehr cool. Wenn man jetzt beispielsweise noch einen größeren Teller mit bei hat, geht es natürlich auch nochmal mehr so, dass der quasi hier gegen den Rauch quasi wegpackt. Äh, was man zur Zange selber noch sagen kann, die hat ja hier einmal die Aussparung quasi. Äh, da könnt ihr auch, ohne Probleme, wenn jetzt der Kopf beispielsweise irgendwie mal heiß sein sollte oder ihr den nicht anfassen könnt, äh, könnt ihr den quasi hier einmal umlegen und den Kopf dann so anheben, hochziehen. Genau. Ist eine gute, gute Sache, dass sie das mit bedacht haben. Ähm, und sonst muss ich sagen, einfach eine mega geile Pfeife. Nur zu empfehlen war, wie schon gesagt, meine absolute Traumpfeife, die ich mal besitzen wollte. Und dann hat Shisha Kings es ermöglicht und, äh, nochmal dickes Danke an euch. Einfach geil gewesen. Und, ähm, ja, sonst gibt es dazu so nichts zu sagen. Wenn ihr aber, ganz wichtig, mal eine Pfeife sehen wollt oder wenn ihr, ähm, eine Pfeife cool findet und wir die mal vorstellen sollen, schreibt es unten in die Kommentare. Ähm, und sonst wird in Zukunft halt noch, die nächste Folge wird auf jeden Fall eine Talking Smoke Folge. Also dazu auch Themen, bitte in die Kommentare. Uns auf Instagram folgen, ist auch eingeblendet. Und, ähm, geiles Papier auf jeden Fall. Kann man machen. Ähm, wie gesagt, 200 Euro. Muss man sich überlegen. Ja, von mir aus gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Willst du noch was zu dir sagen? Fazit, wie gerade eben schon genannt, eine sehr, sehr coole Pfeife. Ähm, allein vom Ausflassventil lohnt es sich schon auch qualitativ. Pfeife gesehen, Pfeife ist einfach mega. Ähm, abschließend liken und kommentieren. Und wir nicht vergessen. Und von mir schon mal, peace. Dann von mir auch, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Danke für euren absolut geilen Support auf YouTube, dass ihr das so annehmt, dass wir das jetzt auch machen. Wie gesagt, wir wollen das auf eine qualitativ krasse Ebene bringen. Klar müssen wir uns da jetzt erstmal ein bisschen eingrooven, so wie wir das alles machen. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Hoffe, ich gebe zum Abschluss noch einen Ring. Ich hoffe, der klappt. Genau. Und ja, like, kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Peace.